Ich vermisse dich, mein Schatz. Du fehlst mir auch, Mama. Sei vorsichtig da draußen. Immer. Mami! Ich bin sehr froh, wieder zurück zu sein. Die Dinge sind anders. Ich habe ein Klavier im Haus stehen. Ich kann nicht Klavier spielen. Haben Sie Halluzinationen? Mama? Ja. Astronauten durchleben Dinge, die sie nicht verstehen. Dann fangen die Menschen an zu versagen. Als ich dort oben war, war meine einzige Hoffnung, wieder nach Hause zu kommen. Du fehlst mir auch, Mama. Sei vorsichtig da draußen. Mami, wer war das? Das waren wir beide, kurz vor der Kollision. Das kann nicht stimmen. Mama? Wo ist sie? Wer? Du! Ich habe eine Maschine erfunden, die wir ins All gebracht haben. Und ich habe etwas gesehen. Aber es scheint, dass es nicht gesehen werden will. Menschen sehen Dinge da oben. Und wenn sie zurückkommen, werden sie verrückt. Das ist keine Psychose. Du solltest mir helfen. Ich sagte sofort, siehe zurück. Klar! Wirke ich auf dich wie früher? Es fühlt sich nicht so an, als ob du meine Mom wärst. Ja! Ich glaube, du solltest mir. Was ist die Möglichkeit, und du solltest mir? Ich bin so. Ich bin so. Ich bin so. Ich bin so. Aber. Ich bin so. Untertitelung des ZDF, 2020